Der Datenschutzbeauftragte des Bundes Schaar sieht in der Ausspähaffäre um den US-Geheimdienst NSA noch zahlreiche offene Fragen. Bei einem Treffen der Datenschützer von Bund und Ländern kritisierte er heute das Bundesinnenministerium. Es habe sich mehrfach geweigert, von ihm schriftlich eingereichte Anfragen zu beantworten. Das Ministerium wies die Kritik zurück und erklärte sich für nicht zuständig. Ob Anruf, SMS oder Mail, bekommt der amerikanische Geheimdienst NSA alles mit, wenn er es will? Diese Angst sei geblieben und womöglich berechtigt, mahnen die Datenschützer aus Bund und Ländern. Sie sind regelrecht verärgert. Als sie bei der Bundesregierung um mehr Aufklärung baten, stießen sie auf Widerstände. Leider mauert das Bundesinnenministerium. Da wird gesagt, das seien Daten, die uns als Datenschützer so nichts angingen. Und überhaupt, die Bundesregierung sei einfach zu lässig im Umgang mit den Ausspähaktivitäten. Sie habe sich abspeisen lassen von Berührungsmeldungen der Geheimdienste. Die Kritik der Datenschützer ist harsch. Die Bundesregierung tut bisher entschieden zu wenig. Sie muss mehr tun, um die Grundrechte deutscher Bürgerinnen und Bürger zu schützen, auch soweit deren Daten im Ausland verarbeitet werden. Man kann sich nicht darauf beschränken zu sagen, in Deutschland werden die Gesetze eingehalten. Mehr Aufklärung, mehr Macht für den Datenschutz, mehr Kontrolle. Das sind die Forderungen der Datenschützer. Das Problem, die Daten sind weltweit unterwegs. Wer sie wo ausspäht, das lässt sich bisher kaum kontrollieren. Ein unüberschaubares Systemverbraucher fühlen sich hilflos. Die Resignation ist auch deshalb so groß, weil große private Internetkonzerne und Telekommunikationskonzerne involviert sind. Das heißt, die Masse sozusagen der Überwachung ist so riesig groß. Die Datenschützer bleiben beharrlich. Bei künftigen Abkommen zum Freihandel zum Beispiel könnte die Wahrung des Datenschutzes zur Bedingung gemacht werden. Bei künftigen Abkommen zum Freihandel zum Freihandel zum Freihandel zum Freihandel.